Ich habe heute Abend nichts Bestimmtes vor und Sie sehen irgendwie so aus, als hätten Sie auch nichts Bestimmtes vor. Und da habe ich mich gefragt, entschuldigen Sie, möchten Sie vielleicht mit zu mir kommen und extrem wilden und hemmungslosen Sex mit mir haben? Nein, das hat sie nicht gesagt. Helena wollte heute Abend nicht alleine sein, wirklich nicht. Möchten Sie sich heute Abend mit mir betrinken? Ja, das hat sie gesagt! Das hat sie gesagt! Das hat sie gesagt, aber gemeint hat sie eigentlich... And you and me You and me You and me Helena ist Brautjungfer um zwölf. Ich bin zu spät. Und bist du die nächste, Helena? Sie hat ihn im Internet kennengelernt. Geh doch auch mal ins Internet, Helena! Medium Bob! Hi Brows. Wie geht's denn so? Haufen Geld in der Tüte da. 15.000 Pfund in einer Plastiktüte? Pass gut drauf auf. Ja, klar. Was würde ich tun, wenn ich von einem Rätsel stünde und wäre die Hauptfigur in einem Hollywood-Film? Ich habe alles im Griff. Ich hatte noch nie 15.000 Pfund in einer Plastiktüte. Hilf mir, das Geld auszugeben. Alles. In einer Nacht. Was sagst du? Ich sage, ja. Cool. Und dann sind wir ins Belmoral Hotel. Und wir haben das teuerste Zimmer genommen. Und als wir dann da standen vor diesem makellosen, blütenweißen Bett, so groß wie ein Meer... Er hat Bob sich draufgeschmissen und mich angelächelt und gesagt... Komm, wir gehen spazieren. Was sagst du? Klar. Oh, you said to me, this could be the best days of our nights. Oh, you said to me, this could be the best days of our nights. Oh, you said to me, this could be the best days of our nights. Oh, you said to me, this could be the best days of our nights. Oh, you said to me, this could be the best days of our nights. Oh, you said to me, this could be the best days of our nights.